moin leute und herzlich willkommen zu einer kleinen runde paladins ja ich bin auch dabei ja also wer paladins nicht kennt es ist ein ego shooter wie ja ja es ist wie overwatch und thomas spielt noch nicht so lange ja ich bin schon etwas länger aber wie kann ich jetzt schon jemand gestorben sein also wahrscheinlich ist jemand runtergefallen und ja ich bin der baum und thomas ist dieser typi der halt also und das sind die gegner alle roten sind gegner wie man schwer erkennen kann nein nein ich bin auf tot also ich bin eher runtergefallen ja da da sollten wir hoch weil da sind die ganzen gegner gerade ja wir haben schon elf kills und ja und wir haben jetzt relativ viele heiler also sollten wir nicht so oft sterben okay es ist auch irgendwie ein bisschen dumm von den gegnern sie wissen alle dass wir hier sind und gehen trotzdem auf uns ja noch mal ein double kill wir haben eine runde zum aufwärmen gespielt ja und das ist jetzt die zweite runde die ich seit einem monat spiele ja am anfang wir müssen den typi ach so da kommen ja gleich noch welche ja ja fünf kills ja wir haben die haben wir haben die haben die haben wir haben eine dreizehn den den kriegen wir wir können uns die hatten bis sie hatten erst ein kill also seit langem am anfang hatten die viele ich glaube das ist weil du du bist ein neuer spieler und ich habe wirbel kill nein wenn du assum bist dann lauf weg von den anderen weil dann hast du nur 1500 hp und das dann bist du instant tot ja das war easy leute und jetzt gibt es noch eine runde ja noch eine runde und übrigens kauft ihr immer kauft ihr immer kauft ihr immer items wenn du stirbst solltest du dir immer items kaufen ja die kannst du dir auch mitten im spiel kaufen wenn du genug credits hast wird warum sage ich bad ja stimmt okay die sind die sind besser ja ja easy easy esi esi ach so da kommt jemand da kommt mal damma da hinten kommt auch jemand können wir mal wie langsam okay der der ist etwas besser es heißt dass du nicht lange spiel okay ich bin ich bin da und ich bin da und doch nicht also ich bin noch gar nicht gestorben habe eine zehner meine ulti macht gar keinen schaden die halt einfach nur alle ja achtung diese 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 strahle die da immer so durch die map gehen die machen mega viel ich 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 heil mal so nah hat oder haben abzimmer Ich läse ihn von oben weg. Ja. Raserei. Oh. Komm. Kanate. Die we... Einfach reinpuschen. Ja. Das ist nicht ganz so. Danke. Ja, ein bisschen healing. Oh. Krass. Okay, jetzt pushen sie. Ich hab noch einen. Ja. Bin auch so irgendeinem Grund drunter geschenkt. Ja. Aber wir haben gewonnen. Ja. Ja. Geil. Da sind wir wieder, Leute. Und mit einer weiteren Runde in der Drachenarena. Das ist eine echt geile Map. Hab ich noch nie gesehen. Echt? Ja. Das ist die beste Map. Findest du? Ja. Ich mag diese Abgrund-Map nicht. So oder nicht. Äh, weil es ist... Weil bei der Map ist es wirklich immer so... Dass ich... Ähm, dass... Bei der Abgrund-Map sind eigentlich meistens die guten. So. Und bei der Map ist es wichtig, die Mitte zu besetzen. Kommst du mit mir in die Mitte? Kommst du rauf in die Mitte? Ja. Hab einen. Ich weiß leider nicht, was du hier bist. Gehe ich nicht. Die Mitte. Die Mitte. Da kommst du hoch. Da kannst du extrem gut. Hier zum Beispiel. Da kannst du dich extrem gut verstecken. LOL. Mama. Holly. Und wenn... Die lange besetzt... Killing Spree. Bring her doch. Oh Gott. 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 Zehner. Oh. Du musst mir zehn hast. Zehner. Ja. Nee, endlich war schon. Ja. Okay. Ich habe mich kurz hoch. Hab wieder voll live. Mich bemerken die gar nicht. Ja. LOL. Ich habe ihn dir weggeschnappt. Ich gehe auf... Ich... Ups. Okay. Jetzt ist hier mehr los. Ja. Ich gehe runter. Pus. Oh. Eigentlich nicht. Ich habe eine 17er Strähne. Eine 17er jetzt schon. Ja. Killing hat gestorben. Hab jetzt wieder eine 2er. Ist eigentlich gar nicht... 19er. 3er. Alter, komm. Herr Gegner. Alter. Nein, du bist noch nicht einmal da. Nein, ich bin noch gar nicht gestorben. Okay, da. 19er. 20er. Ja, wahrscheinlich. Ja, 20. Gubzler. Was ist... Ja, ich... Hörst du diese komische... Jo, Leute. Willkommen zurück zu dieser Runde. Ja. Ja. Das ist die letzte Runde. In der letzten Runde... Der Typi... Der hat einer Sprachchat angemacht... Und komische Musik reingespielt. Lass uns mal kurz ein. Okay. Okay. Ja, also ich spiele euch kurz ein Audio davon ein. Ja. Aber ich... Du weißt eh, das zählt als Kill für die anderen. Ich weiß. Der Nächste ist runtergefallen. Mann, das sind voll die Noobs. Was ist Platz? Ja, hab... War ich. Oder vielleicht doch nicht. Ich glaub schon. Ich hab auch gebraucht. Vielleicht kurz danach. Ich... 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 Ich flüchte mal kurz. Weil ich hab nur mal ganz wenig AP. Ja, ich auch. Achso, da ist... Da ist es im Gegend auch. Obst du lauf? Hab einen... Ja, ich hab einen. Hab noch einen? Ja. Hab jetzt einen. Ja, der Charakter... Es gibt... Es gibt mehrere Kollegen. Bist du eigentlich nur mit ihm hier? Oder spielst du... Nein, ich spiel auch... Ähm... Manchmal... Ich hab so drei... Die ich mag. Ähm... Noch... Also ich spiel eigentlich hauptsächlich... Heiler. Ja... Also eigentlich heißt der Unterstützer. Achso, da... Ja... Es ist nicht sehr schlau... Vor mich zu springen. Nein, der ist gestorben. Achso, das sind... Das sind ganz viele Gegner. Jo. Na, Zorn. Was ist das? Das ist eine Schildkröte. Ja. Ich hab' la mal. Naja. Alter, der stirbt doch, dann. Ich bin mich gerade herangezogen. Ja, die Schildkröte. Erinnert mich an Hoff... Ähm... Noch... Und die weiß noch mal. Ja, es ist... So ein bisschen... Nein! Aber die... Die sind ja alle... Was hat dich für eine Strähne? Ich hab' nicht hingeschaut. Ich hab' ne... Ach, grad ne Acht. Ich schau'... Ich... Ich blende euch mal ein, was ich für eine Strähne hatte. Ja. Geil, ey! Noch ne Runde. Und... Ich würd' mal sagen... Das war's mit dieser kleinen Folge... Paladins! Tschüss und bis zum nächsten Mal! Ja! Und bis zum nächsten Mal! Ja, also ich spiel' euch kurz ein Audio davon an. Nein! Wer ist das? Wer ist das? Ja! Ja! Aber ich... Aber ich... Das ist mein Händscher, wo der leider... No! Ja! Mach doch mal einen rein! Ich hab' ihn! Du, 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 du... Du, 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 du...